Moin Moin, mein Name ist Lars Hirte, Geschäftsführer der Firma BofferDink. Ich begrüße Sie zu diesem Video. Heute möchte ich Ihnen das DORMA-KARBA-System Evolosmart vorstellen. Ein intelligentes Schließsystem für kleine Unternehmen und private Anwender. Die großen Vorteile des Systems sind, es lässt sich einfach über eine App programmieren und es arbeitet offline. Das heißt, es braucht keine Verbindung zu einer Cloud oder dergleichen. Was benötigen wir? Wir benötigen einen Digitalzylinder, der ist hier eingebaut. Wir benötigen mindestens einen Transponder. Das ist sozusagen der Schlüssel. Wir benötigen eine sogenannte Masterkarte. Das ist die Sicherungskarte, kann man so sagen. Und ich benötige ein Smartphone. Was kann man jetzt machen? Man kann zum einen über den Transponder die Tür öffnen, also aufschließen und zuschließen. Ich kann das auch über ein Smartphone machen. Ich halte das Smartphone jetzt mal vor. So. Kuppelt auch ein. Jetzt kann ich auch aufschließen und zuschließen. So. Und natürlich, was eigentlich der wichtigste Vorteil ist bei einem intelligenten Schließsystem, ich kann Berechtigungen schnell und einfach ändern. So. Wir haben ja dieser Transponder, der funktionierte ja. So. Und jetzt werde ich mal folgendes machen. Jetzt werde ich den einfach mal... Dem werde ich die Berechtigung entziehen. So. Dann brauchen wir einmal die Masterkarte. Jetzt halten wir den einmal... Jetzt werden die Daten übertragen. Die Änderung. So. Weiter. So. Und wenn alles funktioniert hat, wovon ich fest ausgehe, dann dürfte der jetzt nicht mehr funktionieren. Und siehe da, blinkt rot, kann nicht mehr funktionieren. So. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf über die Möglichkeiten, die ich mit dem System habe. In den nächsten beiden Folgen gehe ich denn noch näher darauf ein. Das heißt einmal die Einrichtung der App und auch so ein paar Besonderheiten. Insbesondere die Öffnung über das Smartphone. Wenn Sie bis dahin weitere Informationen wünschen, dann klicken Sie den Link unterhalb dieses Videos. Vielen Dank.